Ja, und warum auch immer dieser Low-Level-Quatsch? Sondern es wird einfach eine Geschichte erzählt. Eine psychologische Charakterstudie ist das Ganze, ja? Und dieser Film prallt dann praktisch auf die politisch korrekte Mainstream-Medien-Landschaft von 2019. Und das gibt eben das Chaos, was wir sehen. Und auf der Positivseite fangen wir mal mit dem, wie ich finde, offensichtlichsten Positivpunkt des Films an. Und zwar mit der fast schon absurd guten schauspielerischen Leistung von Joaquin Phoenix. Oder Joaquin Phoenix. Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Deshalb der Einfachheit halber nachfolgend einfach Joachim Phoenix genannt. Rufname Jochen. Jochen? Ja, Jochen. Altes Scheißhaus. Ich bin's. Hi, mein Name ist Peter Fram. Und hier ist mal eine psychologische und gleichzeitig auch semipolitisch-gesellschaftskritische Analyse und auch Medienanalyse rund um den Joker-Hype, der hier weltweit seit circa einem Monat grassiert. Und seit ein paar Tagen ist Joker auch der erste R-Rated-Film, also bei uns FSK 16 und in den USA ab 17 freigegeben, der die eine Milliarde Einspielergebnis geknackt hat. Also der bisher erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Und das, obwohl die Mainstream-Medien wirklich alles versucht haben, um diesen Film zum Scheitern zu bringen. Und heute beleuchten wir das Ganze hier mal ausführlich, ob dieser Hype gerechtfertigt ist, ob es übertrieben ist und vor allem, was es mit dieser Hysterie seitens der vor allem amerikanischen Mainstream-Medien rund um den Film auf sich hat. Ja, woher diese Hysterie kommt und was dahinter steckt, denn im Endeffekt hat diese ganze Hysterie dem Film ja sogar noch geholfen, behaupte ich. Und im Laufe des Videos, es ist ja ein bisschen Zeit, wie ihr seht, werde ich noch meine These darlegen, warum Joker meines Erachtens der wichtigste Film unserer Zeit ist. Und natürlich gibt es auch noch die große Bewertung, den Fram-Score sozusagen, in Sachen, ist es jetzt ein Meisterwerk oder nicht, wie finde ich den Film, was fand ich gut und was fand ich weniger gut. Ich persönlich habe den Film bis vor kurzem gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bin jetzt aber auch nicht so der klassische Comic-Nerd, sage ich mal, mit der Batman-Action-Figur im Hintergrund oder auf dem Nachttisch, der da alles sieben- und achtmal gesehen haben muss. Kleine Ausnahme ist da vielleicht Guardians of the Galaxy, die fand ich weltklasse, die Filme. Aber seit Wochen höre ich halt nur noch Joker hier und Joker da. In jedem zweiten Video und Artikel ist der Film auf einmal Thema, wo ich mir denke, ja, was hat es denn jetzt damit zu tun? Und Meisterwerk und bester Film des Jahres und aller Zeiten oder der letzten Dekade schreien die einen und brandgefährlich und grotesk und gewaltverherrlichend schreit der Nächste. Wie gesagt, vor allem die amerikanischen Mainstream-Medien und deren Aktivisten, äh, Entschuldigung, Filmkritiker. Ja, die sind richtig ausgerastet und sogar das FBI hat sich eingeschaltet. Von wegen Vorsicht vor Amokläufen bei den Kinopremieren und vor allem vor jungen, unzufriedenen Männern und die Gamer und die Incels und die brandgefährlichen Comic-Nerds und so weiter. Und dann wurde wirklich Polizei aufgefahren an den Kinos und ich glaube sogar mit Maschinenpistolen. Und zusätzlich wurde der Film eben von vielen amerikanischen Aktivisten, äh, Entschuldigung, Filmkritikern, auch noch inhaltlich verrissen. Und da hieß es dann vor allem, der Film sei ein, Achtung, Vehikel für Toxic Masculinity und für weißen Rassismus natürlich und White Privilege und Male Privilege. Und der Film geht gegen Schwarze und Joker hat ganz klar ein Problem mit schwarzen Frauen und haste nicht gesehen. Und deshalb dachte ich mir die Tage, komm, jetzt ziehst du dir das brisante Wahnsinnswerk aber doch mal rein. Ja, da muss ja eine Szene wilder und genialer und spektakulärer und besser und schlechter und bösartiger und gefährlicher und rassistischer und was weiß ich was als die nächste sein. Und du gehst entweder komplett erleuchtet aus dem Kino raus oder eben als gewaltbereiter, rassistischer, Frauenhassen, Amokläufer, der auch noch Spaß dran hat. Ja, und dann ziehe ich ihn mir die Tage genüsslich rein und warte die ganze Zeit auf die große rassistische Knallerszene, auf die Wahnsinnskontroverse schlechthin, wo ich sage, also sowas hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja gemeingefährlich, sowas darf man ja nicht auf die Menschheit loslassen. Und was ist, nichts davon stimmt. Ja, kommt überhaupt nichts davon, kommt überhaupt nichts großartig kontroverses. Ganz normaler Film. Ja, wie ich fand, ziemlich guter Film sogar. Ja, gut gemacht, gut gefilmt, gut geschauspielert vor allem. Da kommen wir später noch zu beim Punkt Kritik und psychologisch interessant ist er und politisch auch durchaus interessant und gesellschaftskritisch ist er auch und so weiter. Aber halt jetzt auch nicht so unfassbar und noch nie da gewesen, dass jetzt alle in die Schutzbunker müssten. Wie es diese amerikanischen Mainstream-Aktivisten, eher Filmkritiker, gesagt haben. Und insgesamt, finde ich, ist es einfach ein gut gemachter, wirklich gelungener Film und im Endeffekt eher so wie früher halt gute Filme oft waren. Denn es ist ja praktisch eine Mischung aus Taxi Driver und King of Comedy von Martin Scorsese und ein bisschen Falling Down habe ich auch noch drin erkannt. Und das sind ja durchaus gute Filme, wenn nicht sogar teilweise Klassiker. Und ich habe den Joker jetzt zweimal gesehen, weil beim ersten Mal fand ich ihn eher nur so mittelmäßig, weil ich mich aber auch gar nicht auf den Film konzentrieren konnte. Weil ich einfach aufgrund dieses Mediengelabers so eine wilde Erwartungshaltung hatte, was denn jetzt jeden Moment Schlimmes passieren würde im Film. Und ich habe nur auf die Wahnsinnsgewaltexzesse und Male Privilege-Orgien und den unfassbaren Rassismus gegenüber schwarzen Frauen und die toxische Männlichkeit natürlich gewartet. Und wie gesagt, nichts davon kam. Und deshalb war ich beim ersten Mal gucken eher ein bisschen enttäuscht oder underwhelmed, wie der gemeine Amerikaner sagt. So nach dem Motto, naja, ist ja gar nicht so viel passiert jetzt in den zwei Stunden. Ist ja eher so dahin geplätschert und der große Knaller blieb irgendwie gefühlsmäßig aus. Aber beim zweiten Mal gucken fand ich ihn dann jetzt wesentlich besser, weil eben die Erwartungshaltung ja weg war. Und ich einfach mal den Film genießen konnte und da fand ich ihn dann ziemlich gut sogar. Und ob Meisterwerk oder nicht, da kommen wir dann später nochmal zu beim Punkt Kritik. Aber was ich hier schon mal sagen kann, auf jeden Fall sehr guter Film und krass gewalttätig und so weiter. Und was es alles hieß, da habe ich nur gedacht, ja wo denn? Ja, auf welchem Planeten denn? Und ja, sicher ist er in drei bis vier Szenen auch ein bisschen brutal und gewalttätig. Aber jetzt auch, wie gesagt, nicht übertrieben oder noch nie da gewesen. Und das war es dann aber auch schon. Ja, da gibt es wesentlich brutalere und gewaltverherrlichendere Filme. Allein wenn du dir Deadpool anguckst oder John Wick oder die Tarantino-Filme und so weiter, die ich aber auch gut finde. Und außerdem ist er ja auch R-Rated und nicht FSK 12 für die ganze Familie. Und politisch und gesellschaftskritisch ist er wie erwähnt auch. Aber da jetzt auch nicht absolut übertrieben oder noch nie da gewesen. Und vor allem dieser Quatsch von wegen Vehikel für Toxic Masculinity und White Supremacy und so weiter. Natürlich absoluter Blödsinn. Da geht es überhaupt nicht drum in dem Film. Um das da rein zu interpretieren, musst du ordentlich einen an der Waffel haben. Und da fragt man sich dann natürlich, wie das sein kann. Und auch wie das sein kann, dass da die Meinungen so krass auseinander gehen. Ja, woher kommt, dass das die Aktivisten, Entschuldigung, Filmkritiker der amerikanischen Mainstream-Medien. Denn ich glaube in Deutschland ist das noch nicht ganz so schlimm, zumindest in Sachen Filmkritik. Aber wie kann es sein, dass die alle völlig ausgerastet sind? Und wie kann es auch sein, dass diese Aktivisten, Entschuldigung, Filmkritiker den Film ziemlich verreißen, während das Publikum weltweit total begeistert ist? Ja, haben die Privatleute alle keine Ahnung von Filmen oder schlechten Geschmack oder was? Denn wenn man sich die Bewertungen anguckt, ist er auf IMDb super gut bewertet und auf Rotten Tomatoes auch ziemlich gut bewertet. Und zwar ist da der Audience- oder Zuschauerscore bei 89%. Also sehr, sehr gut. Und aber der Kritikerscore ist bei 69%, was ja noch geht. Aber der Top-Kritikerscore, also die New York Times, Rolling Stone, die Mainstream-Medien praktisch, da sind es nur 44%, also praktisch ein schlechter Film. Und im Vergleich dazu gucken wir uns mal die neue Batwoman-Serie an. Diese unsägliche Social Justice Warrior Political Correctness-Hampeleihparade, die hat 70% Kritikerscore, also knapp besser als der Joker und 50% bei den Top-Kritics. Wird also damit besser als der Joker bewertet, obwohl es einfach nur grottenschlecht auf allen Ebenen ist. Grottenschlecht geschauspielert, peinliche Dialoge, Feminismus und Political Correctness, sowas von offensichtlich krampfhaft und schlecht mit reingeschustert. Und daher eben auch nur 12% beim Audience-Score. Und da fragt man sich natürlich immer danach, woran hat es hier liegen, wie kann das sein und woher kommt dieser völlig übertriebene Negativ-Hype um den Joker? Und liegt das jetzt nur an der angeblich so drastischen und gefährlichen Brutalität im Film, die dann gar nicht wirklich auftaucht oder hat das noch mit was anderem zu tun? Und deshalb hier mal meine Analyse dazu, wie das sein kann und auch eine generelle Analyse zum Film und zur aktuellen Gesellschaft. Und für die, die den Film noch nicht gesehen haben, ab hier kommen dann dementsprechend Spoiler. Okay, um dieses ganze Drama und diese Hysterie um den Film einordnen zu können und auch warum ich ihn als so wichtig ansehe, da muss man erstmal wissen oder begreifen, in welchem Zeitalter wir momentan leben. Und aus meinen politischeren Videos kennt ihr ja das Thema Political Correctness schon ganz gut. Denn wie wird man unser momentanes Jahrzehnt in der Zukunft wohl beschreiben? Ja, wahrscheinlich am ehesten als das Political Correctness Jahrzehnt oder Zeitalter, zumindest falls es in zukünftigen Jahrzehnten nicht noch schlimmer werden sollte. Und das heißt, in den 70ern gab es die Hippies und die Schlaghosen, in den 80ern die Fokuhilas und die schrecklichen Frisuren, in den 90ern die schreckliche Musik mit Scatman John und Katteneye Joe. Und die heutige Musik ist da auch nicht sehr viel besser, muss man dazu sagen. Ja, und was gibt es heute? Heute gibt es Political Correctness, bis der Arzt kommt. Und wer ist als erstes von völligen Lappalien getriggert und offended und fühlt sich beleidigt und rastet aus und schreit an Sexismus und Rassismus und Hate Speech und so weiter und so fort. Und um dessen Zeuge zu werden, braucht man ja nun mal drei Minuten den Fernseher anzumachen oder Social Media zu verfolgen oder eben ins Kino gehen, wo mittlerweile auch immer mehr von diesem völlig übertriebenen politisch korrekten Blödsinn mit in die Handlung und in die Charaktere reingeschustert wird, wo es überhaupt nicht hingehört, beziehungsweise wo es dich oft sogar innerhalb von Sekunden komplett aus dem Film raushaut, wenn du das bemerkst. Das heißt, nicht nur die Mainstream-Medien und die Twitter-Welt und die Universitäten machen mit und sind teilweise schon komplett unterwandert von diesem Kram, sondern Hollywood hat es auch zu großen Teilen erwischt, was man dann zusammenfassend mittlerweile spöttisch als Woke Media bezeichnet oder Cancel Culture, wird es auch oft genannt. Und das heißt Woke im Sinne von erwacht und erleuchtet ursprünglich, hier aber mittlerweile ironisch negativ gemeint als völlig übertriebene Political Correctness. Das heißt, selbst in die Hollywood-Filme wird jetzt immer mehr diese politische Agenda mit reingeschustert und jeder, der diesem Mainstream-Narrativ nicht folgt, kriegt ordentlich auf die Mütze und erntet den nächsten Twitter-Shitstorm von den Berufs- und Hobby-Empörten und wird am besten auch noch komplett abgesägt und mundtot gemacht. Kleines Beispiel, wie das in den täglichen Medien so laufen kann und zwar war vor kurzem Pierce Morgan, der Host von Good Morning Britain, unter Beschuss und so viel Blödsinn, der man auch regelmäßig redet, aber hier hat er meines Erachtens absolut recht gehabt und zwar hat er sich über die angeblich 109 Geschlechter lustig gemacht. Ja, was jetzt teilweise behauptet wird, es gibt jetzt 100 Geschlechter, du kannst dir das frei aussuchen, wie du gerade lustig bist. Und Pierce Morgan hat sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht und hat gesagt, ja okay, dann erfinde ich jetzt das 101. oder 102. Geschlecht und ich bin jetzt ein Two-Spirit-Pinguin. Und dann ging es halt erwartungsgemäß los mit dem üblichen Twitter-Mob und der Outrage-Culture und cancel him, hieß es dann und transphob ist er natürlich. Ja, und er würde damit transgendern das Recht als Mensch und die Menschenwürde aberkennen und bla, bla, bla. Und er soll vor allem, ich glaube, da ist eine Petition gestartet worden, er soll aus seinem Job gefeuert werden. Ja, so als hätte er wirklich gesagt, das sind keine Menschen, bitte alle an die Wand stellen und erschießen. Aber das Einzige, was er wirklich gesagt hat, ist, dass es einfach Unsinn ist, dass es 100 Geschlechter gäbe. Und hat dann halt aus Quatsch das 101. erfunden, um zu zeigen, wie blödsinnig das Ganze ist. Und da hat er ja völlig recht, denn man wird ja wohl mal drüber diskutieren dürfen, ob es jetzt 100 Geschlechter auf einmal gibt oder nicht. Weil so ganz wissenschaftlicher Konsens ist das ja nun noch nicht. Und trotzdem hieß es natürlich, wie gesagt, Hate Speech und Transphob und bla, bla, bla. Und vor allem, bitte feuert ihn, ja, weil er einfach nicht Ja und Amen sagt. Ja, was fällt dem ein, unsere völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, rational diskutieren zu wollen? Und ein ganz gutes deutsches Beispiel für diesen politisch korrekten Woke-Media-Kram ist vielleicht noch der Fall Sarah Wagenknecht, als sie damals in Sachen Flüchtlingskrise gesagt hat, ja gut, vielleicht sollte man an der Grenze mal die Identität von den Leuten feststellen. Weil wenn man alle einfach so reinlässt und dann gar nicht weiß, wer drin ist, da kann es natürlich auch sein, dass da islamistische Gefährder drunter sind. Ja, was ein total verrückter Gedankengang. Völlig normal natürlich. Und dann hieß es natürlich aber trotzdem sofort Nazi und geh doch zur AfD und so weiter und so weiter. Und das eben sogar bei der Wagenknecht als Linke, der man ja nun wirklich als einer der wenigen Politiker, wie ich finde zumindest, noch halbwegs abkaufen kann, dass sie ihre Seele noch nicht komplett verkauft hat und dass sie halbwegs mit Herzblut dabei ist, dass sie auch glaubt, was sie da sagt und dass sie auch nicht nur aus Machtgeilheit oder für den eigenen Vorteil dabei ist. Und sogar die kriegt dann bei einer völlig rationalen Aussage, es wäre vielleicht mal ganz geil, die Pässe zu kontrollieren an der Grenze und die Identität festzustellen. Da kriegt die dann sogar Nazi zu hören und den üblichen Shitstorm und von der eigenen Partei auch teilweise. Ja, also völlig absurd. Und da gibt es natürlich noch tausend Beispiele mehr und unterm Strich heißt Vogue Media aber, bitte haltet die Klappe und folge unserem politisch korrekten Mainstream-Narrativ. Und das heißt auch, es soll bitte nichts mehr diskutiert werden, nur noch schwarz-weiß soll es bitte sein, in Gut und Böse unterteilt. Und die Woke Medien geben das dann natürlich schön vor, was Gut und Böse ist und wie man sich wo mitzufühlen hat und welche Aussagen okay sind und welche nicht. Und unangenehme Realitäten oder Debatten darf es bitte nicht mehr geben, weil was, wenn irgendwer getriggert ist oder offended oder sich ins Hemd macht? Und ihr könnt euch ja vorstellen, was ich psychologisch gesehen davon halte. Sowas ist absoluter Kinderkram. Dadurch züchtest du gehirngewaschene, gefühlsduselige Weicheier und Vollidioten anstatt rationale Erwachsene. Denn rationale Erwachsene könnten ja auch einfach mal ernsthaft über kontroverse Themen diskutieren und vielleicht auch mal ein paar Fakten zulassen, statt ständig nur Gefühle. Aber Fakten oder rationale Gedanken sind für die lieben Woke-Media-Vertreter eben oft Hate Speech. Und ja, sicher kann man es mit Political Incorrectness auch übertreiben. Bin ich auch kein Fan von, wenn es dann in die andere ungesunde Richtung umschlägt. Aber im Moment haben wir halt vor allem von Mainstream-Medien-Seite aus eher die überbordende Political Correctness. Und um jetzt mal auf den Joker zurückzukommen, mit den Filmen passiert, wie gesagt, mittlerweile genau das Gleiche. Das heißt, die modernen Aktivisten, äh, Entschuldigung, Filmkritiker, bewerten dann nicht einfach nur den Film, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern es wird ständig die eigene Politik damit reingeschustert und mehr danach bewertet, wie woke der Film jetzt ist, ja, wie politisch korrekt er ist und wie brav er diesem Mainstream-Narrativ folgt, anstatt ob die Inhalte einfach gut sind. Und dann geht es immer um die gleichen albernen acht bis zehn Parameter und zwar, Punkt eins, natürlich sind genug Frauen dabei. Ja, ist der Film auch feministisch genug? Und natürlich, vor allem in den USA auch, sind genug Schwarze dabei, sind genug Minderheiten dabei. Wird davon auch bitte ja keiner negativ dargestellt oder ist irgendwie zahlenmäßig unterrepräsentiert und so weiter. Und natürlich wird geguckt, ob dieses Women are Wonderful-Narrativ auch brav eingehalten wird. Ja, hoffentlich sind die Frauen alle brillant und die Männer bloß nicht zu stark oder zu clever oder zu erfolgreich oder eben zu zahlreich. Und mit Women are Wonderful meine ich dieses Narrativ von wegen, ja, die Frauen sind immer gut und stark und fehlerfrei und brillant und wunderbar. Und Schwächen haben sie natürlich auch nicht, das bleibt dann natürlich eher den Männern vorbehalten. Wie wir das jetzt auch dauernd sehen bei den neuen Star Wars-Filmen zum Beispiel, wo auf einmal alle Männer totale Vollidioten sind und alle Frauen auf einmal mega brillant und alles direkt auch hinbekommen und immer Recht haben und fehlerfrei sind und keine Schwächen haben und so weiter. Was dann im Fall Star Wars zum Beispiel bewirkt, dass die komplette Grünschnabelfrau komplett ohne Training und ohne Ahnung in der ersten Viertelstunde gegen den dunklen Sith Lord gewinnt, ja, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat und wo Luke Skywalker früher in den alten Filmen noch eine jahrelange Ausbildung für machen musste und dann gescheitert ist und dran wachsen musste und so weiter und so weiter. Ja, das kriegt die Frau jetzt in der ersten Viertelstunde hin, ohne jemals überhaupt davon gehört zu haben, weil Women sind ja bitteschön immer wonderful und fehlerfrei und wir wollen ja keinen Twitter-Shitstorm von irgendwelchen Social Justice Warriorn auslösen und deshalb halten wir uns lieber mal schön an diesen Political Correctness Codex. Und James Bond zum Beispiel, die Thematik kennt ihr ja teilweise aus meinen anderen Videos, der kriegt natürlich auch immer mehr die Eier abgenommen und wird am besten demnächst noch durch eine Frau ersetzt und so weiter und erfolgreich flirten darf er jetzt am besten auch nicht mehr, weil Toxic Masculinity und so weiter. Und Minderheiten oder Leute mit anderen Hautfarben darfst du bitte auch auf keinen Fall irgendwie in ein zwielichtiges Licht rücken und negativ schon gar nicht. Und die Religion des Friedens darfst du natürlich erst recht nicht kritisieren und deshalb gibt es im Kino auch gefühlt überhaupt keine islamistischen Terroristen mehr. Ja, das sind dann jetzt neuerdings immer öfter schwedische Separatisten und serbokroatische Nationalisten und luxemburgische Größenwahnsinnige und weiß der Kuckuck was. Und dieser ganze politisch korrekte Quatsch der macht natürlich jeden Film kaputt weil du als Zuschauer eben direkt merkst dass hier schon wieder Political Correctness krampfhaft mit reingeschustert wurde. Und das haut dich eben ständig komplett aus dem Film raus vor allem wenn du das Thema ein bisschen durchblickt hast denn entweder wird die Besetzung dann teilweise politisch korrekter oder das Drehbuch wird immer beknackter um dieser albernen Political Correctness eben auf Biegen und Brechen in Rechnung zu tragen und wir sehen es ja weltweit die Fans gehen immer mehr auf die Barrikaden natürlich beziehungsweise gucken sich den Kram einfach nicht mehr an und deshalb heißt es mittlerweile dann auch ganz treffend immer Get Woke Go Broke das heißt wenn du als Filmstudio finanziell richtig auf die Mütze kriegen willst dann schuß da am besten diesen Woke Blödsinn mit rein wie das ja auch bei Gillette glaube ich passiert ist nach diesen absolut beknackten Anti-Männer Werbespots letztens meine ich zumindest dass die Umsatzzahlen danach richtig eingebrochen sind und wenn es denn so ist ich muss es nochmal recherchieren aber wenn es denn so ist ja wie überraschend wenn du deine Hauptzielgruppe auf einmal sagst dass sie alle von Grund auf gefährliche und schlechte Menschen sind Überraschung ja was gab es dann noch in der jüngeren Vergangenheit dieses unrühmliche Ghostbusters Remake mit den Frauen statt mit den Typen das war auch so ein Gänsehaut Festival und dann auch noch grottenschlecht gemacht und grottenschlecht geschauspielert und das geilste ist ja wenn die Zuschauer dann auf die Barrikaden gehen und den Film zu Recht völlig in der Luft zerreißen dann heißt es von Woke Media Seite nicht jo da haben wir uns wohl ein bisschen verkalkuliert und war wohl keine so geile Idee sondern es heißt ungelogen Achtung ja das ist ja mal wieder typisch für Toxic Masculinity dass unser bewiesenermaßen sehr sehr guter Film hier verrissen wurde ja das heißt nicht der Film ist schlecht sondern der Zuschauer ist schuld ja der Zuschauer ist toxisch und falsch und genau das gleiche ist jetzt die Tage natürlich auch wieder bei diesem unsäglichen Charlie's Angels Remake passiert ja den hab ich noch nicht gesehen das hab ich mir noch nicht angetan aber den Trailer hab ich gesehen und der erste Satz im Trailer war schon absolut zum Kotzen in Sachen Women are wonderful und Frauen können alles besser und so weiter und der Film ist natürlich auch völlig gebombt hat am Eröffnungswochenende irgendwie nur 8 Millionen eingenommen oder sowas das heißt Flop des Jahres absolute Katastrophe und dann hieß es von der Regisseurin jetzt auch wieder die Männer sind schuld es ist Toxic Masculinity ja die Männer wollen einfach keine Frauen in Actionrollen sehen hat sie gesagt was bewiesenermaßen absoluter Blödsinn ist und auch schon lange Blödsinn ist dann guckt euch doch mal Alan Ripley von den Alien Filmen an die ist hochgeschätzt und warum weil es ein vernünftiger Charakter ist es kann ja nicht sein dass das einzige Argument in einen Film zu gehen ist ja da spielen Frauen mit ja du musst da bitte rein du musst dem gucken weil Frauen mitspielen und wenn du es nicht machst dann ist es Toxic Masculinity sondern die Frauenrollen die müssen ja vielleicht auch irgendwas interessantes haben wie das halt bei Männern genauso ist und genau so ist es ja bei Alien auch dass die Frau Ripley einfach ein geiler Charakter ist und mehr Argumente hat als ja Moment mal ich bin ja aber eine Frau ja Männer wollen keine Frauen in Actionrollen sehen totaler Quatsch natürlich Sarah Connor in den alten Terminator Filmen war zum Beispiel schon immer hochgeschätzt und warum ja weil es ein geiler Charakter ist und weil die Schauspielerin vielleicht auch ein bisschen was drauf hat und nicht nur da rumhampelt ja wen haben wir noch Wonder Woman hat auch funktioniert fand ich auch ganz gut auch die Hauptdarstellerin natürlich Gamora von Guardians of the Galaxy ist auch beliebt coole Frau auch wie ich finde dann Emily Blunt von Edge of Tomorrow fand ich auch weltklasse also alles Blödsinn natürlich solange es gut gemacht ist und die Figuren interessant sind funktioniert das auch und du kannst halt nicht erwarten dass man es geil finden soll einfach nur weil Frauen dabei sind ja und warum ist dieses Charlie's Angels Ding wieder gebombt ja weil es schon wieder als Woke Film angepriesen wurde der Trailer sagt es ganz klar die Hauptdarstellerin und die Regisseurin haben es schon so angepriesen als feministischen Film und dann hat es natürlich völlig überraschend nicht funktioniert und daran sind natürlich die Männer schuld ja toxic masculinity und ich frage mich immer wie viele hundert Millionen will Hollywood noch verballern und in den Sand setzen bis die irgendwann mal merken dass die Leute da keinen Bock drauf haben denn das gleiche Schauspiel gab es ja auch bei der neuen Batwoman Serie die gerade ordentlich bombt da läuft es genauso ab da sind es dann auch die bösen alten weißen Männer die schuld sind hat die Hauptdarstellerin glaube ich gesagt obwohl alle die Serie komplett in der Luft zerreißen und völlig zu Recht auch und wie gesagt da gibt es noch tausende Einzelbeispiele mehr aber im Endeffekt kann man es halt zusammenfassen als total absurde und an der Realität vorbeilaufende Political Correctness und genau diese Thematik haut jetzt auch hier beim Joker voll rein denn hier trifft jetzt praktischen Film der auch genauso gut aus den 70ern stammen könnte und sich gar nicht um Political Correctness groß kümmert ja da geht es überhaupt nicht drum in dem Film oder um Hautfarbe und so weiter der Film hält sich da gar nicht dran an diesem Woke Blödsinn und ist jetzt aber auch nicht demonstrativ dagegen oder so sondern einfach völlig neutral macht da gar nicht so mit ja es werden weder Frauen verherrlicht noch sonderlich negativ dargestellt und mit Schwarzen das gleiche und Hautfarbe Geschlecht und sexuelle Orientierung es ist überhaupt kein Element in dem Film ja und warum auch immer dieser Low-Level-Quatsch sondern es wird einfach eine Geschichte erzählt eine psychologische Charakterstudie ist das Ganze ja und dieser Film prallt dann praktisch auf die politisch korrekte Mainstream-Medienlandschaft von 2019 und das gibt eben das Chaos was wir sehen und der linientreue brave gehirngewaschene Aktivist äh Filmkritiker der reagiert dann eben entsprechend darauf und jetzt kommt es ja der Regisseur von Joker Todd Phillips heißt er der hat vorher Komödien gemacht wie Oldschool Roadtrip und die Hangover-Filme der hat öffentlich gesagt dass er das Comedy-Genre hinter sich gelassen hat wegen dieser Woke-Culture ja Originalzitat von ihm ist glaube ich Woke-Culture-Killed-Comedy weil du einfach keine Witze mehr machen kannst ohne direkt irgendein Hate-Crime zu begehen und den Twitter-Shitstorm zu ernten denn Humor ist ja nun mal oft politisch inkorrekt beziehungsweise politisch korrekter Humor kannst du halt meistens in die Tonne treten und solche blasphemischen Aussagen lässt sich die liebe Woke-Media-Culture natürlich nicht gefallen und revanchiert sich dann eben einfach mit negativen Kritiken und schiebt dann halt meines Erachtens die erstbeste Ausrede vor in dem Fall dann hier dass der Film angeblich viel zu gewalttätig und gefährlich ist obwohl es wie gesagt schon tausend Filme vorher gab die ähnlich oder viel viel gewaltverherrlichender sind und ein noch anschaulicheres Beispiel für diesen Mechanismus war vor kurzem Dave Chappelle's neues Comedy-Programm namens Sticks and Stones denn das ist bewusst politisch inkorrekt gewesen und der zieht da diese Woke-Media-Hysterie bewusst ordentlich durch den Kakao macht sich da richtig offen drüber lustig und was ist passiert hat auf Rotten Tomatoes 35% Kritikerscore und 99% Zuschauerscore ja die Leute haben es also geliebt und wie viele Artikel habe ich gelesen es wäre grottenschlecht und überhaupt nicht lustig und völlig geschmacklos und bla 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 und Dave Chappelle das ist einer der letzten Comedians die da einen Scheiß drauf geben die sich einfach nicht dran halten an diesen Woke-Blödsinn weil er aber auch mittlerweile einfach unantastbar ist weil er viel zu reich und viel zu beliebt ist und zu legendär auch mittlerweile um gecancelt zu werden und um fertig gemacht zu werden und bei Ricky Gervais habe ich das auch schon erlebt dass der sich nicht so unterbuttern lässt von dem ganzen Kram und bei Joker ist es eben auch so ähnlich aber da ist es nicht ganz so leicht zu sehen weil es der Film eben nicht so bewusst demonstrativ drauf anlegt jetzt politisch inkorrekt zu sein wie das bei Chappelle der Fall ist sondern der Film bleibt da einfach neutral und kümmert sich um das Thema gar nicht und das muss natürlich gepaart mit den Aussagen von Regisseur Todd Phillips bitte ordentlich auf die Mütze geben ja wo kommen wir denn dahin ganz normaler Film für Erwachsene ohne lauter politisch korrekten Blödsinn mit reingeschustert Frechheit und das heißt auch dass dieser Film in den 90ern oder vor 20 Jahren wahrscheinlich überhaupt kein Problem gewesen wäre dann wäre es halt einfach ein ganz normaler Film gewesen mit guten Bewertungen ohne dass alle ausrasten und ich behaupte wenn da jetzt nicht Joker draufstehen würde dann würde da von Medienseite auch wahrscheinlich kein Hahn nachgrähen denn dann wäre es ja auch ein ganz normaler Film und auch eher für viel viel kleineres Publikum und eher so für Szenen denn der Film ist ja von der Art her überhaupt kein klassischer Comic Blockbuster wie es zum Beispiel die ganzen Marvel Filme mittlerweile sind sondern Joker ist ja wirklich eher Autorenkino wie früher oder Arthouse Kino für ein bisschen anspruchsvolleres Publikum so wie zum Beispiel eben Taxi Driver auch damals und jetzt steht da aber auf einmal Joker drauf und den Medien denen war das ja klar dass die Massen da reinrennen werden und dass das höchstwahrscheinlich ein massiver Erfolg wird und wie gesagt obwohl sie das verhindern wollten haben sie durch diese ganze Hysterie durch den ganzen Schwachsinn auch noch zum Erfolg beigetragen letzten Endes ja herzlichen Glückwunsch muss ich auch so ein bisschen an Trump immer denken und auch an die AfD hier in Deutschland denn die gäbe es ja beide überhaupt nicht wenn der Mainstream nicht so beknackt hysterisch wäre immer ja wenn es diesen Woke Blödsinn diese übertriebene Political Correctness nicht gäbe dann gäbe es heute überhaupt kein Trump und AfD das heißt man hat hier den Feind selbst stark gemacht beziehungsweise ihn selbst überhaupt erst erschaffen und am Leben gehalten was ja doch ziemlich ironisch ist wie ich finde und ob das jetzt die richtigen Lösungen sind Trump und AfD das sei mal dahingestellt das steht auf dem anderen Blatt oder wäre ein anderes Video aber es geht mir ja um die generelle Dynamik dahinter was diese Irrationalität und diese ständige Hysterie auslöst ja und dann kommen wir mal zu dem Hauptpunkt warum die Woke Media Vertreter völlig ausgerastet sind warum es diese Hysterie überhaupt gegeben hat und das ist aus meiner Sicht dass der Film dich praktisch dazu zwingt zumindest in der ersten Hälfte mit dem Hauptfeind der ganzen Social Justice Warrior Woke Ideologie mitzufühlen praktisch mit der Inkarnation des absolut Bösen dem Teufel persönlich und zwar Achtung mit einem weißen Heteroman was? Antisemit null Toleranz an der Stelle ja das geht natürlich laut Woke Media gar nicht du darfst bitte mit allen mitfühlen mit Frauen mit Schwarzen mit Schwulen mit Transgendern mit Minderheiten sollst du sogar sonst gibt es ja wie gesagt den üblichen Twitter Shitstorm nur bitte mit einer Gesellschaftsgruppe da sollst du und darfst du nicht mitfühlen denn das ist ja der große Feind und zwar der weiße Mann ja wenn du da mitfühlst dann bist du Hitler persönlich denn so läuft einfach die moderne Woke Media Opfer Olympiade ab dass ganz oben natürlich der weiße Mann steht als ewiger Täter und Unterdrücker weil er hat ja Male Privilege ja von Geburt an und dann auch noch White Privilege also sogar White Male Privilege oh Gott oh Gott die ultimative Unterdrückungsvoraussetzung und dann natürlich auch völlig egal ob das jetzt Thomas Wayne ist der wirklich stinkreich und einflussreich ist oder ob das der Joker beziehungsweise Arthur Fleck wie er im Film heißt ist der praktisch die unterste Wurst von allen ist und von allen auch als Abschaum angesehen wird nein der hat dann trotzdem wie auch immer White Privilege und Male Privilege und ist ganz schlimm unterdrückerisch und kann daher ja gar kein Opfer sein weil er hat ja Male Privilege ja total bescheuert natürlich aber so läuft es eben ab und wie sagt man so schön wenn der Feind bekannt ist dann hat der Tag Struktur und je einfacher und schwarz-weißer das Weltbild ist desto weniger müssen wir unsere eigene Rübe natürlich anstrengen und nachdenken und dann heißt es seitens Woke Media natürlich im Zuge dessen ja aber Moment mal der Film versucht ja hier gerade unsere schöne einfache Opfer Olympiade durcheinander zu würfeln und ein weißer Mann versucht hier gerade nach unten zu überholen und uns den Opferstatus zu klauen und das kann es ja wohl nicht sein weil der Film einen aber auch einfach zwingt mit ihm mitzufühlen weil er ja von allen sein ganzes Leben lang einfach nur auf die Mütze bekommt und weil er ja auch im Laufe des Films oder zumindest bis zur Mitte des Films auch immer mehr auseinandergenommen und gebrochen wird bis er dann schließlich rausfindet mittendrin dass der einzige Mensch den er auf seiner Seite geglaubt hat der einzige Mensch der immer nett zu ihm war nämlich seine Mutter dass die im Grunde gar nicht auf seiner Seite steht sondern sogar für sein ganzes Elend verantwortlich ist und nicht nur für seine psychischen Krankheiten sondern indirekt ja sogar auch noch für seinen Hirnschaden mit dem Lachen weil er als Kind ja Gewalt vom Freund der Mutter angetan bekommen hat und sie nur zugeguckt hat das heißt der Film zwingt dich ja in der ersten Hälfte auf wie ich finde sehr sehr effektive Weise zur Empathie ja du musst einfach mit ihm mitfühlen sonst stimmt was nicht mit dir behaupte ich und das ist natürlich das allerletzte Gefühl was ein guter Social Justice Warrior freiwillig haben will mit dem großen Feind mitzufühlen ja dem großen Unterdrücker dem weißen Heteroman der ultimative Predator am oberen Ende der Nahrungskette auch wenn er wie in Jokers Fall natürlich die ärmste Wurst unter der Sonne ist und wenn schon ein weißer Mann dargestellt werden soll der dann zu einem der berüchtigsten Psychopathen und Gewalttäter der Filmgeschichte wird dann wird er wohl aber hoffentlich von Anfang an als abgrundtiefböser Unterdrücker hingestellt als in sich böser weißer am besten noch Trump wählender Mann damit wir dem Film auch eine gute Bewertung geben dürfen und sonst gibt es auf die Mütze denn die Joker Figur ist ja bisher überhaupt nicht positiv dargestellt worden sondern das ist ja ein von Grund auf Böser ein Killer ein Psychopath immer gewesen und das kannst du natürlich nur werden wenn du einfach böse bist ja ein böser weißer Mann Toxic Masculinity ist schuld Whiteness ist schuld Male Privilege ist schuld ja so hätten es die Aktivisten äh Entschuldigung Filmkritiker natürlich am liebsten gehabt und dann kommt der Film aber raus und zeigt ihn aber überhaupt nicht so sondern er ist im Grunde am Anfang ja wirklich ein netter herzensguter Typ der einfach nur geliebt und endlich mal gesehen und akzeptiert werden will und Leute beziehungsweise Kinder vor allem auch zum Lachen bringen will und was passiert er kriegt dauernd nur auf die Fresse und dann ist der Film zusätzlich ja auch noch angenehm unmoralisch im Sinne von er erhebt nicht klar den moralischen Zeigefinger wer jetzt gut und böse ist ja es gibt da meines Erachtens sehr sehr viele gut gemachte Graubereiche im Film und wie man sich genau zu fühlen hat wird auch nicht klar gesagt sondern der Film lässt das relativ offen beziehungsweise überlässt das dem Zuschauer und so ist es ja auch im wahren Leben meistens dass eben nicht alles immer einfach schwarz-weiß ist und gut und böse sondern meistens ist es ja ein bisschen komplizierter und dieses Konzept das können die woke Medien natürlich überhaupt nicht ausstehen dass der blöde Zuschauer am Ende noch eine eigene Meinung entwickelt die ja auch negativ gegenüber dem Establishment und den Medien sein könnte und deshalb wird auch ständig versucht dieses politisch korrekte Narrativ in die Köpfe reinzuballern damit man eben die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs behält und das bloß nicht an das dumme Fußvolk abgibt was ja theoretisch dann irgendwann auch mal aufwachen und auf die Barrikaden gehen könnte und meines Erachtens ist der Film einfach eine gute psychologische Charakterstudie oder Tragödie ja auch was passieren kann wenn Leute denen es eh schon beschissen geht wenn die dann zusätzlich noch von der Welt und vom Umfeld im Stich gelassen werden und dann auch noch massiv auf die Fresse bekommen ja ist doch logisch dass dann irgendwann Wut da ist und die Leute irgendwann auch mal brechen und ausrasten können wenn sie denn vorher nicht Selbstmord begehen und er sagt es ja sogar selbst am Ende des Films und das fasst meines Erachtens den Film und den Appell des Films relativ gut zusammen und zwar sagt er was kriegst du wenn du einen geistig verwirrten Einzelgänger mit einer Gesellschaft kreuzt die ihn im Stich lässt und behandelt wie Dreck und das ist ja eine ziemlich akkurate Beschreibung des Films oder der Message und es gibt auch diesen Spruch ein Kind das vom eigenen Dorf verstoßen wird wird es irgendwann niederbrennen um seine Wärme zu spüren und genau darum geht es ja im Film das ist meiner Auffassung nach die Hauptaussage dass man eben ein bisschen mehr Empathie mit den zurückgelassenen und vergessenen haben sollte und dass wir vielleicht alle mal ein bisschen netter und respektvoller miteinander umgehen und die eigenen Mitmenschen mehr beachten und auf einer anderen Ebene noch dass man sich gesellschaftlich und politisch gesehen auch mehr um die sozial Schwachen kümmern muss und um die psychisch Kranken auch was ja durchaus nicht unbedingt eine ganz unlinke Message ist oder sein kann aber das soll dann natürlich für die Herrschaften von Woke Media natürlich bitte nicht an einem weißen Mann demonstriert werden der natürlich wie gesagt wegen White Male Privilege niemals Opfer sein kann ja das zeigt auch allein schon die Szene mit der Sozialarbeiterin als die sagt dass die Programme gekürzt werden und er jetzt keine Hilfe und keine Medikamente mehr bekommt und sinngemäß sagt die ja dann auch noch zu ihm die da oben die interessieren sich einen Scheiß für Leute wie sie und die interessieren sich auch einen Scheiß für Leute wie mich was dann eben ganz gut das Thema Arm gegen Reich beziehungsweise Establishment Kritik oder Elitenkritik abbildet denn gerade in der Szene haben ja beide Figuren keine gesellschaftlich hohe Stellung denn sie ist Sozialarbeiterin also jetzt auch nicht gerade Oberschicht und wahrscheinlich absolut lausiges Gehalt auch ja guckt euch nun mal das schäbige Büro von ihr an das ist ja kein Zufall wie das gefilmt ist und er steht ja noch mal ein paar Stufen drunter unter ihr als geistig Kranker der zu ihr muss und der beruflich dann auch noch als Clown unterwegs ist ja das ist ja auch kein Zufall beziehungsweise das ist am Anfang auch noch stark im Fokus und wie Stromberg mal so schön gesagt hat und da muss ich ihm recht geben sogar der Typ der die Tigerscheiße wegfegt der lacht ja noch über den Clown und nicht im positiven Sinne und wie gesagt die Szene offensichtlicher geht's ja nicht mehr dass das eine Kritik an der Elite ist am Establishment und was hat Woke Media da aber jetzt draus gemacht Achtung die haben dann auf die Hautfarben geguckt in der Szene und auf die Geschlechter der Protagonisten wo es überhaupt nicht drum geht ohne Quatsch da wurde teilweise gesagt hier das zeigt ja wieder ganz klar dass Joker ein rassistisches Problem mit schwarzen Frauen hat obwohl es da absolut null drum geht in der Szene das heißt also als Social Justice Warrior guckst du dir diese Szene an und siehst dann da lauter Hautfarben und Geschlechter anstatt das was wirklich passiert und dann wird natürlich auch noch gesagt ja aber Moment mal eine schwarze Frau soll jetzt über einem weißen Mann stehen also er ist noch mehr Opfer als sie obwohl er weiß ist und dann wird sie obwohl sie schwarz ist auch noch ambivalent dargestellt ja weil sie ihm jetzt nicht wirklich so wahnsinnig geil zuhört und auch nicht wahnsinnig empathisch ist und so weiter aber auch jetzt nicht unheimlich fies zu ihm denn sie sagt ja wie erwähnt auch noch hier die interessieren sich einen Scheiß für Leute wie sie das heißt die Figur wird einfach relativ neutral dargestellt jetzt nicht groß gut und auch nicht groß böse relativ neutral bis leicht negativ halt und dann heißt es natürlich aber was die schwarze Frau wird also nicht als absolute Heldin dargestellt sondern bestenfalls ambivalent also das ist ja wohl übelster Sexismus und Rassismus ja was ein politisch korrekter Blödsinn so als wären Frauen oder Schwarze keine richtigen Menschen mit Stärken und Fehlern die gut und schlecht sein können total albern und mit der Szene vorher im Bus haben sie genau das gleiche gemacht das heißt er versucht ja da den Jungen zum Lachen zu bringen und die Mutter dreht sich um und sagt sinngemäß hören sie auf meinen Jungen zu belästigen und er fällt natürlich aus allen Wolken und sagt was belästigen habe ich doch gar nicht und kriegt dann seinen Lachanfall weil er eben da gerade so ungerecht behandelt wird und dann das fand ich gut da gibt er ja die Karte raus mit hey ich habe eine Krankheit unabsichtliches Lachen an unpassenden Stellen liegt am Gehirn und so weiter und sie reagiert dann aber immer noch mehr oder weniger angewidert aber muss man auch dazu sagen wahrscheinlich so ähnlich wie man in echt auch ungefähr reagieren würde im Bus mit einem Kleinkind dabei als Frau ja so nach dem Motto okay Hirnschaden Krankheit lacht jetzt hier laut rum sieht auch noch freakmäßig aus hält sie dich sicherheitshalber hier mit meinem Jungen mal lieber von fern meines Erachtens eine relativ realistische und auch ganz normale menschliche Reaktion wenn auch unschön und sowas kommt halt vor in der Realität beziehungsweise diese Szene würde wahrscheinlich so ähnlich in echt auch ablaufen ja fand ich realistisch total bittere Szene natürlich wo man richtig krass mit ihm mitfühlt und vor allem wie er auch immer krampfhaft versucht dieses Lachen zu unterdrücken und das offensichtlich eine richtige Qual für ihn ist fand ich mega traurig und gut gemacht die Szene aber jetzt kommt es ja wieder was macht der moderne Social Justice Warrior da wieder draus ja der guckt dann wieder nur auf die Hautfarben und die Geschlechter ja sie ist eine schwarze Frau er ist ein weißer Mann und das heißt natürlich was die schwarze Frau behandelt den weißen Mann schlecht und er ist Opfer trotz Male Privilege und man soll mit ihm mitfühlen ich glaube es hakt und so geht das den ganzen Film über das Geschlecht und Hautfarbe und sexuelle Orientierung überhaupt keine Rolle spielen da geht es überhaupt nicht drum außer natürlich du willst es unbedingt mit der Brechstange da rein interpretieren was eben das Haupthobby von Woke Media Social Justice Warrior ist und deshalb hieß es dann eben überall weißer Rassismus und Joker hat ein Problem mit schwarzen Frauen wo ich dann gedacht habe ja ja und lacht sich dann aber in der Fantasie die schwarze hübsche Nachbarin an das ist dann auch wieder rassistisch oder was ja da sagen sie dann wahrscheinlich ja was fällt denn diesem weißen Mann ein sich eine schwarze Freundin zu angeln in der Fantasie das ist ja übergriffig ja typisch Toxic White Masculinity mal wieder und ich habe jetzt gerade auch extra nochmal nachgeguckt welche Hautfarbe denn die prügelnden Kinder am Anfang haben die ihn da zusammenschlagen und zusammentreten weil es geht ja nicht darum dass er zusammengeschlagen wurde sondern es ist ja viel wichtiger welche Hautfarbe derjenige hat der ihn zusammengeschlagen hat und sexuelle Orientierung hätte ich natürlich auch noch gerne gewusst bei den Kids ist auch unheimlich relevant und ich glaube ein paar von den Jungs sind Latinos und glaube ich auch ein Schwarzer dabei weiß ich aber nicht genau auf jeden Fall jetzt keine ganz normalen Weißen und da kann ich mir genau vorstellen wie die Spinner da im Kino gesessen haben und in der ersten Viertelstunde direkt offended und getriggert waren weil der böse weiße Mann dann erstmal von ein paar Latino Kindern zusammengeschlagen wurde dann wird er im Bus von einer schwarzen Frau nicht ganz so nett behandelt und dann ist auch seine schwarze Sozialarbeiterin jetzt nicht unbedingt ein Ausbund an Freundlichkeit und da könnt ihr euch vorstellen dass da der moderne Social Justice Café direkt sperrangelweit offen war wo ein normales Gehirn aber niemals drauf achten würde sondern dann ist er halt am Anfang einfach von irgendwelchen Kids verprügelt worden dann war die Frau im Bus nicht so nett zu ihm und so ein bisschen ambivalent und seine Sozialarbeiterin war jetzt auch nicht das Ausbund an Freundlichkeit aber die ist ja selbst auch ein Opfer guck dir das schäbige Büro an und die ist auch komplett überfordert und überall stapeln sich die Akten denn es geht ja überhaupt nicht darum ob es jetzt eine schwarze weiße gelbe grüne oder was weiß ich was Sozialarbeiterin oder ein Typ als Sozialarbeiter ist sondern es geht ja um die Szene an sich was gesagt wird und was passiert außer natürlich du willst das da wieder krampfhaft rein interpretieren und in den USA ist das natürlich noch ein bisschen schlimmer das ist da so wie ich das beobachte den halben Tag drum geht wer da schwarz und weiß ist wo ich immer denke was ein Low Level Kinderkram in 2019 und für mich persönlich ist das so als wenn jetzt einer Linkshänder ist oder Rechtshänder dann machst du dir ja jetzt auch nicht ins Hemd aber wie ihr ja wisst das menschliche Säugetier im unentwickelten Zustand sucht sich alles mögliche um sich damit zu identifizieren und sich dran aufzureiben und sowas wie Hautfarbe und Geschlecht sind da natürlich prädestiniert für ja Kinderkram aber so ist nun mal die Situation das heißt bis hierhin mal zusammengefasst dieser Social Justice Warrior Kram der zerfrisst dir regelrecht dein Gehirn du bist dann nur noch in rassistischen Denkmustern unterwegs wer welche Hautfarbe hat und welche Geschlechtsorgane und sexuelle Orientierung und dieser ganze Low Level Kram und darum geht es aber im Film offensichtlich überhaupt nicht denn wie erwähnt ist es hauptsächlich einfach nur eine Charakterstudie und die einzig klare politische Position im Film die für meine Begriffe auch nicht großartig ambivalent dargestellt wird ist das Thema Arm gegen Reich beziehungsweise Unterschicht oder maximal wegbrechende Mittelschicht gegen das Establishment denn die einfache Bevölkerung muss da ja buchstäblich im Müll hausen während die Reichen sich ein schönes Leben im Theater und in der Villa machen das heißt für mich relativ klassische Kritik am abgehobenen Establishment an reichen Leuten die völlig den Faden und Hang zur Realität verloren haben und im Falle von Thomas Wayne im Film die Unterschicht dann auch noch als Clowns bezeichnen im Sinne von Loser das ist meines Erachtens die einzig klare politische Position im Film der Rest ist mehr oder weniger unpolitisch oder eben ambivalent und lässt dann halt Interpretation zu aber deutlich gesagt wird im Grunde nur hey ihr reichen und abgehobenen Arschlöcher jetzt kümmert euch doch vielleicht bitte mal um die einfache Bevölkerung und demnach sehe ich die erste Hälfte des Films vor allem als Appell für mehr zwischenmenschliche Empathie untereinander und auch für soziale Auffangnetze für zum Beispiel geistig Kranke und die zweite Hälfte des Films sehe ich dann eher als Warnung was passieren kann wenn das von oben missachtet wird wenn man Leute im Stich lässt dass sie dann irgendwann aufbegehren und irgendwann auch die Schnauze voll haben und irgendwann sagen hey jetzt kümmert euch doch auch mal um uns um die einfachen Leute in Anführungszeichen und hockt nicht nur in euren Elfenbeintürmen da rum und da sind wir ja wieder beim Thema Trump und AfD wie ich es eben erwähnt habe dass die überhaupt erst möglich geworden sind weil ja die Elite und die etablierte Politik eben völlig abgehoben ist und überhaupt nicht mehr rafft was für den durchschnittlichen Bürger wichtig ist was dann in Amerika vor allem der Klassiker Job, Steuern vernünftiges Einkommen vernünftiges Leben auf die Kette kriegen ist ja was Trump ja auch durchaus sehr gut verstanden hat und dann halt öffentlich immer sagt hier dafür bin ich euer Mann und speziell in Deutschland kommt ja dann seit 2015 noch das Flüchtlingsthema dazu wo es dann seit Jahren oder seit Jahrzehnten praktisch schon heißt Altersarmut wird für immer mehr Leute ein Thema ja und dann guckst du dir Dokus an wie Rentner Flaschen sammeln müssen und dann rechnest du dir als einfacher Angestellter der 40 Jahre schuften war deine bittere Rente irgendwann mal aus und kriegst die Krise und dann heißt es noch Rente ab 67 und irgendwann vielleicht ab 72 und 80 und 90 so ungefähr und dann heißt es seit Jahren noch ja sorry Leute es ist einfach kein Geld da es ist nicht mehr Geld da und bei der Flüchtlingskrise heißt es dann aber auf einmal ja also dafür ist jetzt aber doch Geld da und wir schaffen das ja ist doch logisch dass die normal arbeitende Bevölkerung dann irgendwann mal ein bisschen stinkig wird und wenn du dann wegen Terroranschlägen vielleicht noch ein bisschen Angst in Richtung innere Sicherheit bekommst dann bist du auch noch direkt Nazi dazu und auch egal wie vernünftig und rational du das dann äußerst siehe Sarah Wagenknecht was ich vorhin erzählt habe und gleichzeitig wird dann in der SPD die Partei für die einfachen Bürger da wird dann der Familiennachzug als wichtigster Punkt vorne im Programm angestellt ja und dann wird sich noch wie verrückt gewundert warum sie sich die 5% Hürde demnächst von unten angucken müssen und es wird rumgerätselt was man anders machen könnte und bla 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 und natürlich weichen die Leute dann von CDU und SPD auf was anderes aus und eben auch auf sowas wie die AfD oder eben Trump und wie gesagt ob das dann die Lösung ist die bessere Alternative das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt aber was völlig menschlich und logisch ist ist wenn sich die Leute verarscht fühlen von Politik und Medien dann gibt es natürlich irgendwann auf den Deckel und so ist es bei Joker ja auch als Thomas Wayne die Armen als Clowns bezeichnet denn damit wird ja im Film auch das Establishment kritisiert und in Form der Robert De Niro Figur auch noch die Establishment Medien denn der ist ja im Film ähnlich drauf wie Thomas Wayne ähnlich abgehoben vielleicht nicht ganz so krass aber der macht ja auch mit beim Mobbing und ist auch im Grunde einfach nur eine opportunistische und abgehobene Arschgeige der sich letzten Endes auch einen Dreck um Arthur schert sondern Hauptsache Einschaltquote und das gefällt natürlich auch den amerikanischen Establishment Medien überhaupt nicht die ja zusammenhängen mit diesem Woke Media Quatsch das im Film die Medien ja durchaus auch scharf kritisiert werden und auch als mitschuldig am Joker hingestellt werden ja die Robert De Niro Figur kriegt ja am Ende sinnbildlich oder stellvertretend für das Establishment in die Rübe geschossen und natürlich gefällt den Medien das nicht die hätten logischerweise lieber gehabt wenn das wie gesagt einfach ein böser weißer Mann mit Male Privilege gewesen wäre am besten noch rassistisch frauenfeindlich und Nazi und so weiter und der wird dann aber als arme Wurst gezeigt mit dem man mitfühlen soll und wir als Establishment Medien und Gesellschaft sollen dann auch noch mit dran schuld sein ich glaube es hackt aber ist ja ein interessantes Thema und das wird man ja wohl mal filmisch fragen und beleuchten dürfen was jemanden zum Mörder macht inwiefern die Gesellschaft und die Medien da einen Einfluss haben wie da psychische Krankheiten auch mit reinspielen und Misshandlungen in der Kindheit auch und auch das Sozialsystem oder ob es eben komplett die eigene Verantwortung von jedem selbst ist ja sind doch super wichtige und interessante Themen und der Film lässt es ja offen der Film gibt ja keine ganz klare schwarz-weiße Antwort da drauf sondern lässt es eben offen für eine Diskussion die wir ja jetzt hier auch führen sozusagen und das gefällt natürlich aber auch wieder den Woke Media Aktivisten äh Entschuldigung Filmkritikern nicht dass ein Film nicht einfach schwarz-weiß mit erhobenem Zeigefinger vorgibt wie das Ganze jetzt moralisch einzuordnen ist und was gut und was böse ist und wie man sich jetzt bitte fühlen soll und was man zu denken hat sondern dass es eben manchmal komplizierter ist und nicht einfach nur an White Privilege oder Toxic Masculinity und so weiter liegt und wie gesagt ist doch eine wichtige und interessante Frage was macht jemanden zum Mörder und sollte man mit so jemandem dann auch noch Empathie haben oder haben können denn irgendwo kommt die Gewalttätigkeit ja her und das ist ja meistens nicht weil derjenige mal eine 3- in Erdkunde geschrieben hat sondern da ist ja meistens schon früh Gewalt in der Familie gewesen und psychologische Dinger und so weiter von daher ist der Film da meiner Auffassung nach auch recht realistisch was so den psychologischen und familiären Hintergrund von ihm angeht und diese ganzen Fragen werden dann von Woke Media aber natürlich wieder ausgeblendet und dann heißt es ja aber er wird ja da am Ende als Held hingestellt dem man zujubeln soll und die Gewalt wird ja auch noch verherrlicht und als positiv hingestellt wo ich mich dann wieder frage welchen Film habt ihr da zum Geier wieder gesehen ich finde die Gewalt die gezeigt wird wird relativ drastisch dargestellt und auch abschreckend am Ende dargestellt mir dem Robert De Niro in die Rübe schießt zum Beispiel und vor allem wie er den Kollegen mit der Schere so brutal abmuckst ohne jetzt einen Riesengrund dafür zu haben meines Erachtens ja das wird ja nicht als positiv dargestellt sondern erstmal als drastisch und er sagt ja dann in der Show auch noch you get what you fucking deserve aber hat jetzt die Robert De Niro Figur oder der Kollege wirklich den Tod deswegen verdient nur weil es jetzt vielleicht Arschlöcher gewesen sind ja natürlich nicht also ist jetzt zumindest meiner Ansicht der Film trifft da wieder keine klare Aussage sondern lässt das wieder so stehen und wie gesagt das darf ja auch mal sein in einem Film für Erwachsene dass man nicht alles vorgekaut bekommt wie in einem Kinderbuch so und so hast du das jetzt zu sehen und so und so hast du dich damit zu fühlen und das ist ja auch mal angenehm wenn ein Film mal seine Zuschauer in ihrem Erwachsensein bestätigt und bestärkt und das gibt es meines Erachtens viel zu selten und ich finde schon dass er am Ende zumindest teilweise als kaltblütiger Mörder hingestellt wird der durchaus auch weiß was er da tut denn er ist ja jetzt auch nicht völlig weggetreten sondern er kann es ja noch halbwegs einordnen in Sachen mental verwirrte Einzelgänger wird von der Gesellschaft im Stich gelassen und so weiter und ja dann wird er zwar schon von der aufbegehrenden Masse da am Ende durchaus als Galionsfigur gesehen und deshalb auch gefeiert und bejubelt aber diese aufbegehrende Masse wird ja auch nicht wirklich positiv dargestellt sondern im Endeffekt sind das ja auch mehr oder weniger einfach nur kriminelle Arschlöcher die da alles kurz und klein hauen und sogar die Eltern von Batman dann noch ermorden das heißt da wird vom Film auch keine klare Position bezogen wie das jetzt genau zu sehen ist und das macht ja den Film und die Diskussionen drumherum auch so interessant dass eben dieses Schwarz-Weiß ausbleibt und man eben über alles mögliche diskutieren kann wer da jetzt im Recht ist wer nicht wer einen ausreichenden Grund für seine Taten hat und wer nicht und ich fand das in dem Fall gut gemacht dass das eben so ambivalent war und uneindeutig und dass man alles mögliche rein interpretieren kann auch wenn ich das in anderen Filmen durchaus mag wenn klar Position bezogen wird und in diese protestierenden Massen habe ich jetzt gesehen da wurde zum Beispiel schon mehreres rein interpretiert also die einen sehen da Occupy drin die anderen sagen das ist ja ganz klar ein linker Mob die nächsten sagen das ist ja ganz klar ein rechter Mob und es könnte aber wieder alles sein es wird halt vom Film wie immer offen gelassen außer wie gesagt dass es eindeutig arm gegen Reich ist und so eine Diskussion muss ja möglich sein in 2019 eine Gesellschaft muss ja in der Lage sein das auszuhalten dass im Film und in der Kunst alles mögliche thematisiert wird auch wenn es halt kontrovers ist oder jemand sich vielleicht aufs Schlipschen getreten fühlt und hoch meine Gefühle ruft denn du wirst ja nicht stärker wenn du dich immer vor unangenehmen Realitäten oder schwierigen Diskussionen abschottest wie man das bei einem kleinen Kind ja sinnvollerweise machen würde und genau das versuchen aber die Woke Media Vertreter und die aktuelle Cancel Culture ja ständig diese Diskussion zu unterbinden ja bitte hier nur unser politisch korrektes Mainstream Narrativ bedienen und alles andere ist toxisch und Nazi und weiß der Kuckuck und es war zwischenzeitlich fast so als wenn die Mainstream Medien einen Amoklauf gewollt hätten so haben sie es versucht herbeizulabern und manche sagen dann ja aber Gewalt im Kino muss man ja schon drüber diskutieren ist ja schon nicht unwichtig wo ich natürlich zustimme und sage sicher muss man insgesamt gucken inwiefern das Kino und die aktuelle Kultur auch gewaltverherrlichend ist und auch welche Realitäten es den Leuten mitgibt denn Kino kreiert natürlich auch klar und sicher gibt es auch da sinnvolle Grenzen vor allem beim Thema Gewalt aber deshalb gibt es ja auch FSK 12 und 16 und so weiter aber wie gesagt hier beim Joker war es einfach sowas von komplett übertrieben und dann deshalb den Film auch noch schlecht zu bewerten ist ja nochmal absurder und außerdem muss man dazu sagen du musst ja heutzutage nicht mehr 20 Euro für einen Kinobesuch ausgeben um dir Inspirationen von irgendwelchen kranken Gewalttätern zu holen wenn du das unbedingt willst das kriegst ja mit drei Mausklicks hin oder dazu brauchst du auch einfach nur mal abends die Glotze anzumachen und Nachrichten zu gucken und bezüglich Auswirkungen wie Amokläufen und so weiter die Tage habe ich noch gelesen dass hier in Chile war es glaube ich mit Joker Masken friedlich für was Positives demonstriert haben das heißt gegen die Regierung und die schlimmen Zustände da es gab also bisher durchaus sogar schon positive Auswirkungen und natürlich ist der große Amoklauf bisher auch ausgeblieben und klar sicher besteht theoretisch immer die Gefahr dass sich irgendjemand einen Film oder eine Textzeile aus einem Lied nimmt und damit dann Amok läuft aber deshalb kannst du ja jetzt nicht einfach direkt alle Bücher verbrennen oder nur noch unkontroverse und politisch korrekte Larifari Kunst und Filme zulassen denn wie es so schön heißt wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen der wird am Ende beides verlieren aber das ist eben momentan der Zustand unserer Gesellschaft beziehungsweise unserer Woke Medien dass da alles kontroverse gecancelt werden soll und natürlich machen auch nicht alle mit ja das ist ja kein Club kein Verein oder sowas aber wie ich es am Anfang erwähnt habe immer mehr Kinofilme sind mittlerweile ganz schön heftig unterwandert beziehungsweise beeinflusst von diesem Blödsinn und natürlich geht dir das irgendwann einfach nur noch auf den Senkel wenn du in jedem zweiten Film immer die gleiche politisch korrekte Blödsinnagenda da reingepfiffen bekommst und für dumm verkauft werden sollst und das muss man wie ich finde dem Film Joker hoch anrechnen dass er da einfach nicht mitmacht beziehungsweise das war einfach eine Wohltat mal wieder einen ernsthaften Film für Erwachsene zu sehen ohne dass ständig dieser Quatsch damit reingeschustert wird okay dann kommen wir mal zum Punkt Filmbewertung, Filmkritik und Framscore und was ich gut und schlecht fand und auch ob Meisterwerk oder nicht und auf der Positivseite fangen wir mal mit dem wie ich finde offensichtlichsten Positivpunkt des Films an und zwar mit der fast schon absurd guten schauspielerischen Leistung von Joaquin Phoenix oder Joaquin Phoenix keine Ahnung wie man es genau ausspricht deshalb der Einfachheit halber nachfolgend einfach Joachim Phoenix genannt Rufname Jochen Jochen? Ja, Jochen! Altes Scheißhaus! Ich bin's! Ja, der Herr Phoenix der schauspielert sich wirklich im positivsten Sinne den Hintern ab und hat teilweise drei verschiedene Gesichtsausdrücke mit jeweils fünf Emotionen nochmal dazu gleichzeitig am Start und das ist jetzt glaube ich auch keine große Meinungssache dass das unfassbar gut geschauspielert ist und allein was der alles über die Augen macht auch teilweise wirklich komplett unabhängig vom sonstigen Gesichtsausdruck fand ich Wahnsinn zum Beispiel in der Szene am Anfang als ihm der Chef nicht glaubt dass er verprügelt worden ist und dass er doch bitte das Schild zurückgeben oder ansonsten bezahlen soll und er dann nach und nach so diabolisch grinst und eigentlich total dämlich aussieht dabei aber trotzdem gefährlich gleichzeitig und am Boden zerstört und alles zusammen also wirklich saugut und der verschwindet meines Erachtens auch komplett in der Rolle und ist einfach dieser Typ hab ich jetzt allerdings auch nicht groß anders erwartet im Vorhinein muss ich dazu sagen denn ich persönlich hab Joaquin Phoenix oder Joaquin Phoenix bisher nur einwandfreie Schauspielern sehen deshalb bin ich auch mal super gespannt auf die Oscar Verleihung denn eigentlich müsste dafür einen Oscar bekommen behaupte ich ich wüsste nicht wer da jetzt noch großartig besser geschauspielert haben sollte aber ich bin natürlich trotzdem gespannt weil Hollywood ja eben mit diesem Woke Quatsch auch unterwandert ist beziehungsweise dieses ganze Thema das gehört ja zusammen mit der Hollywood Elite denn fast alle Schauspieler quatschen auch rund um die Uhr diesen Social Justice Warrior Kram nach leben auch immer mehr in Elfenbeintürmen wissen nicht was ein Liter Milch kostet und so Dinger und da ist ja auch die enge Verzahnung mit der linken politischen Establishment Elite in den USA die dann wieder in den Talkshows auftreten wie dieser Murray Franklin Show im Film und deshalb hast du es zum Beispiel auch als Conservative in Hollywood vor allem jetzt seit Trump natürlich noch mehr bis auf wenige Ausnahmen super schwer und kannst dann mehr oder weniger die Karriere direkt an den Nagel hängen und es gibt auch nur ganz wenige Schauspieler die sich offen dazu bekennen weil eben das Risiko besteht dass dann die Karriere vorbei ist ja so ein bisschen wirklich wie bei McCarthy früher im Grunde ziemlich erschreckend und einer der mir da einfällt ist James Woods und John Voight glaube ich auch der Vater von Angelina Jolie und bei James Woods meine ich mal gelesen zu haben dass der gesagt hat naja ich sag's jetzt einfach dann arbeite ich halt nicht mehr ich hab genug Geld und fertig und inwiefern John Voight dafür auf die Mütze bekommen hat oder noch bekommt hab ich jetzt nicht recherchiert weiß ich nicht genau also ich bin gespannt auf die Oscar Verleihung auch weil es in sich ein Social Justice Warrior Gänsehaut Festival ist und mal gucken wie der Herr Phoenix da so abschneidet und beim Thema Schauspieler kommt aber gleich noch ein Negativpunkt weil ich behaupte das leider nicht alle so gut geschauspielert haben wie der Herr Phoenix dann was war noch gut und da sag ich dass die Basics einfach ganz klar gestimmt haben das heißt es war gut gefilmt total solide Kameraarbeit da hätte ich mir vielleicht ab und zu noch ein bisschen was legendäreres gewünscht es kamen so ein paar legendäre Szenen wie ich finde schwer zu beschreiben was ich damit meine aber vielleicht noch ein paar längere Kamerafahrten oder sowas irgendwie was ein bisschen spektakuläreres es war halt ein sehr sehr ruhiger Film mit ein paar weniger Wow-Momenten auch als ich das vielleicht erwartet hätte und wenn dann kamen die am ehesten eben durch das gute Schauspiel von Joaquin Phoenix aber weniger durch die spektakulären Szenen jetzt selbst oder sowas aber das ist halt auch eher so ein Film vom alten Schlag Autorenkino Arthouse Film der könnte wie gesagt auch aus den 70ern stammen und deshalb ist das kein wirklicher Negativpunkt dass ich jetzt sagen könnte das fand ich irgendwie schlecht oder sowas und was mir auch beim zweiten Mal gucken aufgefallen ist ist dass es schon alles ein bisschen legendärer war allein die Bilder und die Farben und die Kameraführung und so weiter das heißt da ist glaube ich noch Luft nach oben wenn man den Film öfter guckt ja dann fand ich noch gut dass es eben mal so ein Film vom alten Schlag wieder war ohne CGI die ganze Zeit ohne irgendwelche Special Effects sondern eben richtig Old School Charakter Kino und der hat auch glaube ich nur ein paar an 50 Millionen Budget gehabt und davon wahrscheinlich auch relativ viel für den Herrn Phoenix und den Todd Phillips den Regisseur dann die Farben fand ich vor allem super das ist mir stark aufgefallen überall dieses Orange und immer im Kontrast zu dem Blau vor allem in der Szene als er die Mutter umbringt mit dem Lensflare Gedönse und so weiter richtig gut gemacht und allein was das ein Aufwand sein muss habe ich beim gucken gedacht überall immer diese Farben zu erzeugen dann zum Soundtrack der ist mir jetzt nicht wirklich so aufgefallen außer eben die drei Popsong Klassiker die vorkamen und zwar hauptsächlich natürlich das That's Life von Frank Sinatra ja das Lied fand ich immer schon witzig und ganz lässig und das haben sie clever gemacht und gut eingesetzt fand ich und das fand ich auch ein bisschen legendär wie sie das dann in der Schlussszene mit der Zeitlupe verbunden haben und wie er dann erst noch mitsingt ja sowas mag ich das war auf jeden Fall ein gelungenes Ende und auch die letzte Einstellung wie sie den Flur runterfilmen und der zweite Song der von der Stimmung total perfekt reingepasst hat war das White Room von Cream während der Krawalle wenn das Polizeiauto dann so langsam um die Ecke in die Straße einbiegt hat auch total gepasst und der dritte Song das Rock'n'Roll Part 2 von Gary Glitter als er da auf der Treppe rumtanzt fand ich auch total geil fand ich auch schon immer witzig das Lied und macht die Szene dadurch natürlich immer noch ein bisschen legendärer und ansonsten ist mir der Soundtrack gar nicht so groß aufgefallen hat sich eher einigermaßen im Hintergrund gehalten würde ich mal sagen habe ich nur ein zwei dominante Sachen rausgehört wie so ein Theme jedes Mal werde ich beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr drauf achten dann habe ich von vielen als Kritik gehört dass es eine Kopie von Taxi Driver und King of Comedy wäre dass sie da schlecht geklaut haben und natürlich ist mir das auch aufgefallen ist mir aber wurscht denn ich sage besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht und man kann das Ganze auch als Hommage ansehen und so habe ich es persönlich auch verstanden und an Falling Down mit Michael Douglas musste ich auch noch denken vor allem wie immer mehr rauskommt dass er sein ganzes Leben nur auf die Schnauze bekommen hat und wie bei Falling Down ja auch später rauskommt dass die Mutter auch noch einen Knacks hat und dass es eben auch noch mit Mental Illness oder Undiagnosed Mental Illness zu tun hat und dass das auch schon ganz früh in der Familie vorgekommen ist und genauso ist es ja bei Joker auch dass irgendwann rauskommt dass auch die Mutter schon krank war und dass daraus eben meistens nichts Gutes erwachsen wird dann kommen wir mal als nächstes zu den aus meiner Sicht besten Szenen und da gab es viele Szenen die ich gut fand aber da ist jetzt keine so ganz klar rausgestochen dass ich sagen würde das ist jetzt die Szene aus dem Film Joker die groß raussticht und alle anderen platt macht was ich zum Beispiel sehr gut fand war relativ am Anfang die Traumsequenz in der Mary Franklin Show das fand ich saugut gemacht auch ein bisschen witzig aber halt auch so bitter dabei weil es halt so heftig übertrieben war und genau die richtigen Sätze haben sie da auch genommen ja wie sie ihn alle bewundern weil er noch bei der Mutter wohnt und auch die naiven Aussagen die dann von ihm kamen praktisch kindliche Aussagen waren es ja größtenteils und dafür kriegt er dann direkt aus dem Publikum die riesen Anerkennung die er ja sonst in der Realität überhaupt nicht bekommt und wie der Robert De Niro dann auch noch völlig aus dem Nichts sagt ich würde das alles hier aufgeben wenn ich einen Sohn wie sie haben könnte naja so völlig aus dem Nichts raus fand ich total gut gemacht weil es ja aber auch das ganze Wesen von Arthur Fleck und seine Probleme und seine Vergangenheit und seine Wünsche und Motivation und Träume und so weiter letzten Endes in wenigen Sekunden und wenigen Sätzen super effektiv beschreibt und dann natürlich direkt der Schnitt rüber in die harte Realität wie er da mit seiner eigenen Mutter auf dem Bett sitzt und der nächste Schnitt dann rüber auf die Arbeit wie er da sitzt mit seinem deformierten Körper also das fand ich super effektiv und super gut gemacht und dann ist mir die Szene im Bus natürlich noch aufgefallen wie er versucht das Kind zum Lachen zu bringen und dann da schlecht behandelt wird das fand ich auch mega traurig und mega gut gemacht die Szene und die Tanzszene wie er zum Joker wird und sich die Haare färbt zu dem That's Life fand ich auch gut und was mir auch noch aufgefallen ist am Anfang nach den U-Bahn-Morden als er durch den Tunnel rennt und dann die Kamera hinter ihm her läuft und er so in die Nacht hinaus rennt und die Kamera ihn noch ein paar Meter verfolgt oder ranzoomt keine Ahnung wie sie es gemacht haben an dem Tag hatte ich frei da in die dysfunktionale Beziehung zur Mutter fand ich auch noch extrem creepy gemacht ja wie er mit ihr lebt wäscht sie dann auch noch ja sie sitzt dann nackt in der Wanne und er wäscht sie und guckt mit ihr im Dunkeln im selben Bett Fernsehen und so weiter also auch gut gemacht die psychologischen Hintergründe und dann gegen Ende hin fand ich auch noch gut seine veränderte Körpersprache als er dann zum Joker wird und vor allem sein Gang und sein Laufstil als er dann zum Schluss mit der Joker Schminke im Anzug zur Talkshow hin latscht und dann in dem U-Bahn Schacht oder wo es ist dann so in der Slow-Mo rauchend auf die Kamera zuläuft und das erste Mal durch das Make-Up hindurch so richtig diesen kalten Killerblick in den Augen hat ja so diesen komplett toten Killerblick in den Augen fand ich auch ein bisschen legendär und natürlich die erwähnte Treppenszene wie er zu Gary Glitter da rumtanzt und eben vor allem das Ende in der Anstalt wie er dann sagt würden sie nicht verstehen und anfängt mit zu singen und dann mit den blutigen Fußspuren rausgeht und die Kamera so den Flur runterläuft und er dann wieder anfängt zu tanzen und dann noch links und rechts vor dem Typ wegrennt und die allererste Tanzszene in der öffentlichen Toilette nach den drei U-Bahn-Morden die fand ich ganz okay aber jetzt eher mittelmäßig da haben halt manche gesagt das wäre die geilste Szene östlich des Mississippi und ich fand sie auch gut und passend aber da war ich jetzt nicht völlig aus dem Häuschen oder sowas und da ist für mich dann wahrscheinlich aber auch einfach die Art-Haus- und Kunstgrenze so langsam erreicht dass ich da dann einfach sitze und sage ja fand ich jetzt ganz gut aber hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gehauen da fand ich wie gesagt die Tanzszene später besser als er sich die Haare färbt und zum Joker wird weil das geile Lied dazu kommt und das ganze bisschen legendärer gefilmt ist und so weiter aber das ist auch keine wirkliche Kritik weil es eben wie gesagt ein Autorenfilm von früher ist und dann kommen wir mal zum Punkt Kritik beziehungsweise zu den Negativpunkten und da habe ich eigentlich nur zwei Sachen und zwar die erste Sache die meines Erachtens ein bisschen weniger stark wiegt ist die Rolle von Robert De Niro beziehungsweise das Schauspiel von Robert De Niro denn ich fand es ehrlich gesagt schlecht oder zumindest maximal mittelmäßig und der Mann hat früher so gut geschauspielert und irgendwie hat er im Alter so ein bisschen habe ich teilweise den Eindruck das Schauspieltalent verloren oder zumindest die Lust da drauf und ja ich habe ihn aber auch schon im Alter gut schauspielern sehen aber hier fand ich es einfach relativ lazy sozusagen ja früher war er bekannt für Method Acting das war eher Lazy Acting oder Dienst nach Vorschrift fand ich denn wie gesagt beim Herrn Phoenix habe ich an gar nichts gedacht habe ich nur den Joker gesehen oder Arthur Fleck gesehen und nicht Joaquin Phoenix gesehen aber bei Robert De Niro habe ich die ganze Zeit einfach nur Robert De Niro gesehen außer mal kurz in den Katakomben seiner Show als er vorher vor dem Auftritt mit Arthur spricht da war es mal kurz besser aber ansonsten fand ich es relativ schlecht und das finde ich bitter zu sagen weil der Typ früher so genial geschauspielert hat und wirklich komplett verschwunden ist in den Rollen und das hatte ich hier wie gesagt überhaupt nicht ich habe einfach nur Robert De Niro gesehen wie er schlecht schauspielert oder einen Talkshow Master imitiert und es passt einfach nicht zu ihm er ist da meines Erachtens fehlbesetzt in der Rolle drei mögliche Erklärungen gibt es dafür Möglichkeit eins wäre ist es wirklich schlecht geschauspielert und er hat Dienst nach Vorschrift gemacht Möglichkeit zwei wäre es soll extra so rüberkommen dass er jetzt kein großes Talent als Show Master hat und trotzdem erfolgreich ist und dass die Figur dadurch auch als unsympathisch und talentlos rüberkommen soll oder auch dass die Show generell unauthentisch und doof rüberkommen soll und Möglichkeit drei wäre noch dass er eine quasi Fortsetzung von King of Comedy spielt als wäre er noch so ein bisschen sein Charakter von diesem Film früher das passt aber nicht zu dem Verhalten in den Katakomben da ist er nicht trottelig genug zu dagegen spricht aber dass er nicht nur bei seinem Rumgespringe und Rumgetanze da irgendwie komisch wirkt und dass es einfach nicht passt sondern dass er auch später als Arthur dann bei ihm in der Sendung sitzt und das Gespräch ein bisschen ernster wird dass er dann meines Erachtens immer noch schlecht schauspielert Möglichkeit vier fällt mir gerade noch ein ist dass es der Synchronsprecher ein bisschen übertreibt ich habe den bisher die beiden Male nur auf Deutsch gesehen und so gut wie die Stimme von Christian Brückner natürlich ist aber meines Erachtens wird das im Alter immer mehr zu einer Karikatur von sich selbst habe ich den Eindruck und die Betonung wird teilweise immer alberner was früher in jüngeren Jahren zum Beispiel bei Heat oder sowas überhaupt nicht der Fall war da spielt er natürlich aber auch einen anderen Charakter muss man dazu sagen das heißt im Original muss ich ihn sowieso nochmal gucken das ist ja dann oft auch nochmal eine andere Hausnummer und Möglichkeit fünf fällt mir auch noch ein wäre dass er vielleicht gar nicht schlecht schauspielert sondern dass es an mir liegt weil ich eben ein relativ klares Bild von Robert De Niro als Neil Macaulay von Heat habe und aus Goodfellas und Casino und so weiter als harten Hund und ihn halt auch schon auf den Talkshows gesehen habe wie langweilig er ist und unlustig und so weiter dagegen spricht aber dann auch wieder wenn ich mir wie gesagt Heat oder Goodfellas angucke oder sowas dass er dann komplett in der Rolle verschwindet und dass ich diese komischen Gefühle dann nicht bekomme deshalb gerne mal rein kommentieren ob euch das auch so geht ob euch das auch aufgefallen ist wenn ihr ihn das nächste Mal nochmal guckt ja das war der erste kleinere größere Kritikpunkt also kleiner Punkt Abzug von mir und dann kommen wir mal zum Hauptkritikpunkt wo sie meines Erachtens eine extreme Chance vergeben haben und zwar wusste ich direkt von Anfang an weil es so offensichtlich war dass die Freundin von ihm nur eingebildet war ja dass die Nachbarin Illusion war beziehungsweise die positive Beziehung zur Nachbarin Illusion war und das war mir direkt klar als sie bei ihm klingelt und sagt hast du mich heute verfolgt und er sagt ja klar fand ich gut sagt sie dann ja das war so offensichtlich gemacht und die nächste Szene ist dann glaube ich wie er nach den U-Bahn-Morden an den drei Bänkern direkt rüber geht und sie küsst ja auch total unrealistisch und das verstehe ich persönlich nicht warum sie die Entscheidung getroffen haben das so offensichtlich zu machen ja vielleicht irgendwie um seinen Wahn deutlicher zu machen oder sowas ja vielleicht habe ich auch einfach nur zu viele Filme gesehen und es war gar nicht so für alle offensichtlich aber ich fand es viel zu offensichtlich und da haben sie so eine geile Chance vergeben weil wenn sie das ein bisschen cleverer gemacht hätten und ein bisschen realistischer ja dass sie vielleicht nicht ganz so attraktiv ist und auch ein bisschen nerdy ist und ein bisschen komischer ist so ja bisschen freakmäßig wie er auch und dass da so das zarte Pflänzchen der Liebe hätte aufkeimen können so als die Haupt Hoffnung im Film und die wird dann am Ende auch noch so richtig zerstört das wäre noch viel bitterer gewesen wenn das besser gemacht worden wäre wie gesagt vielleicht ist es auch extra so gemacht dass es so offensichtlich ist aber dahinter würde ich persönlich den Sinn nicht verstehen denn das wäre ja eine riesen Chance gewesen dass alles bergab geht bei ihm dass er im Laufe des Films immer mehr gebrochen wird immer mehr auf die Schnauze bekommt aber man hat ja als Zuschauer dann immer noch die Hoffnung naja aber wenigstens das Thema Liebe geht jetzt mal los und fängt jetzt mal an und scheint mal zu laufen und dass dann am Ende praktisch die einzige Hoffnung im Film auch noch komplett zerstört wird und nicht nur er dann da sitzt und völlig zerstört ist sondern dass du auch als Zuschauer so ein bisschen das gleiche durchmachst und denkst ja mein Gott die geile Hoffnung hier endlich mal was Schönes mit ner Frau und Liebe und du kriegst nur auf die Schnauze und da ist jetzt endlich mal jemand der dich sieht was ja sein Ziel immer ist und genau diese größte Hoffnung im Film oder die einzige Hoffnung mehr oder weniger im Film die fliegt ihm am Ende dann auch noch um die Ohren ja so ein bisschen wie sie es ja auch mit der Mutter gemacht haben ja die einzige die nett zu ihm war und dann kommt halt raus dass er adoptiert ist und so weiter und als positives Gegenbeispiel wo sie es meines Erachtens besser gemacht haben ist beim Ende von The Sixth Sense da hat glaube ich kein Schwanz mitgerechnet im Kino kann mir keiner erzählen dass er das wusste und bei American Beauty Achtung Spoiler wie dann am Ende rauskommt dass die rumvögelnde Lolita eigentlich noch Jungfrau ist wo auch meines Erachtens kein Schwanz mitgerechnet hat vor allem der von Kevin Spacey nicht ja das fand ich super schade dass sie da eine Chance vergeben haben und das ist ja auch kein ganz kleiner Punkt im Film sondern das Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit und gesehen werden und nicht gesehen werden ist ja ein zentrales Ding in dem Film das heißt hier leider Punkt Abzug vom strengen Herrn Fram dann die nächste Szene die ich nur höchstens mittelmäßig fand ist bei den Waynes daheim ja da hätten sie meines Erachtens mehr draus machen können und auch wie er dem Bruce Wayne als Kind dann so die Finger in den Mund steckt und er das dann wie so ein kleines doofes Schaf einfach so mit sich machen lässt und einfach da so steht und lässt es über sich ergehen von einem völlig Fremden fand ich irgendwie doof hätten sie zumindest ein bisschen anders darstellen können für meine Begriffe und dann die Wayne Erschieß Szene zum Schluss die hätten sie meines Erachtens nur andeuten sollen ja hätte ich viel cooler gefunden und irgendwie auch hochwertiger wenn man die Szene nicht zum siebentausendsten Mal gesehen hätte sondern wenn sie es nur angedeutet hätten zum Beispiel du siehst die Waynes ängstlich um die Ecke gehen in die dunkle Gasse rein und dann siehst du entweder nur wie der Clown ihnen folgt und das war's dann oder es wird halt noch genüsslich auf die Knarre herangesoomt und so weiter oder hey Wayne und dann hörst du den Gunshot und das war's dann und dann siehst du vielleicht noch Bruce Wayne als Kind traumatisiert da stehen und du weißt auch dass es nicht der Joker war das wäre meines Erachtens noch besser gewesen dann der nächste auch kleinere Kritikpunkt sind die drei Banker nachts in der U-Bahn fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ja die größte Gefahr nachts in der U-Bahn in New York beziehungsweise Gotham City sind drei gut gebildete erfolgreiche Banker in schicken Anzügen die da die Leute drangsalieren und dann auch vor körperlicher Gewalt auch 0,0 zurückschrecken gut das hat halt das Drehbuch so erfordert aber ist natürlich ein bisschen albern finde ich außer man sagt eben naja das ist halt Gotham City da läuft das halt alles nochmal ein bisschen anders ab und ja ich weiß dass es natürlich auch ein Symbol ist für Arm gegen Reich und privilegiert gegen nicht privilegiert und um kurz auch nochmal auf dieses Woke Thema zurückzukommen da hab ich gedacht stellt euch mal vor die hätten dann drei Latinos genommen oder drei Schwarze sogar die ihn da angreifen und verprügeln und er erschießt sie dann und hat auch noch so halb Rechter mit wird ja im Film nicht so ganz klar gesagt also bei den ersten zwei war es ja Notwehr aber den dritten den jagt er ja schon und er schießt ihn dann kaltblütig in den Rücken ja da kann man sich ja drüber streiten Notwehr war das nicht wirklich und wie gesagt stellt euch vor das wären drei Schwarze oder drei Latinos oder sowas gewesen dann wäre noch mehr die Hölle los gewesen ich behaupte dass der Film dann auf den Index gekommen wäre und alle wären noch mehr ausgerastet und er wäre vielleicht gar nicht veröffentlicht worden ja wenn ich das so sage das hätte ich so gern gesehen was dann medial passiert wäre wenn sie das so gemacht hätten und wie gesagt allein dass das für Leute ein Thema ist zeigt ja auf welchem Level wir hier operieren dass da im Film wieder dauernd auf die Hautfarbe geguckt wird oder immer noch dauernd auf die Hautfarbe geguckt wird in 2019 und dann die politisch korrekte Moralpolizei kommt mit naja aber die Gesellschaftsgruppe oder die Hautfarbe darf es jetzt aber nur so und so darstellen und nicht so positiv und nicht so negativ Kinderkram deshalb wäre es wahrscheinlich clever gewesen wenn sie einen weißen einen schwarzen und einen latino dafür genommen hätten aber dann wäre sich wahrscheinlich drüber gestritten worden wer zuerst erschossen wurde und wie rassistisch das doch wieder ist und allein dass man sich über sowas als Filmemacher ja mittlerweile auch Gedanken machen muss ja weil du sonst einen Shitstorm bekommst oder dein Film abgesetzt wird oder negative Kritiken bekommt und so weiter das ist total absurd ja du musst dann überlegen welche Schauspieler nehmen wir jetzt dafür und darf das eine Frau sein und wird die auch ja nicht zu unbrillant dargestellt wo ich sage ja selbst wenn es drei schwule schwarze muslimische behinderte taubstumme transgender albinos gewesen wären ja dann wäre das auch okay gewesen beziehungsweise dann hat das meines Erachtens okay zu sein und dann muss man sowas im Film auch zeigen können und wegen mir hätten es auch drei Life Coaches aus Deutschland sein können wäre mir auch egal gewesen ja soll ich jetzt jedes Mal Coachismus schreien wenn im Film mein Berufsstand meine Hautfarbe oder meine Herkunft durch den Kakao gezogen oder negativ dargestellt wird oder was ja ist doch total albern den allermeisten Leuten ist doch dieser ganze Social Justice Kram völlig wurscht die wollen doch einfach nur einen guten Film sehen und gut unterhalten werden und das geht eben nicht vernünftig wenn man mittendrin merkt hier wirst du wieder veräppelt und kriegst wieder diesen Woke Blödsinn aufs Auge gedrückt und ja für die Jammer Kommentierer natürlich gibt es auch Stereotypen die ungesund im Film und wenn das dann nur so dargestellt wird oder zu oft oder immer nur in eine Richtung dann bin ich natürlich je nach Fall auch dagegen aber deshalb würde ich jetzt nicht ausrasten oder den Film dann als Aktivist äh Filmkritiker schlecht bewerten dann noch so ein Problem des Films was man dem Film aber nicht als Negativpunkt ankreiden kann ist dass am Ende ja klar war dass er zum Joker wird das heißt die Spannung war so ein bisschen raus ob er sich da jetzt am Ende wirklich selbst erschießt oder was er macht in der Talkshow und dass er den De Niro erschießt das wusste ich leider schon das hatte ich in irgendeinem Video vorher gehört was schade war da wäre es nochmal interessant gewesen ob ich damit gerechnet hätte weiß ich nicht genau wenn hätte ich glaube ich eher gedacht dass er irgendwie ins Publikum schießt oder jemanden aus dem Publikum als Geisel nimmt oder sowas oder auch den Robert De Niro als Geisel nimmt aber dass er ihm einfach so ungefragt in die Rübel schießt weiß ich nicht ob ich das geahnt hätte wäre vielleicht nochmal geiler gewesen das vorher nicht zu wissen dann kommen wir noch zum Punkt ob alles Einbildung ist oder nur die letzte Szene real was viele behaupten oder gerne hätten denn alle Uhren im Film stehen ja auch auf 11.11 Uhr ist immer dieselbe Uhrzeit das ist meines Erachtens aber einfach eine falsche Fährte damit mehr gequatscht wird über den Film und mehr spekuliert wird und mehr Videos drüber gemacht werden auf YouTube und Analysen wie diese hier auch und natürlich ist es möglich dass alles ein Traum ist so ist es auch gefilmt kann man durchaus rein interpretieren bin ich persönlich aber meistens überhaupt kein Fan von von dieser Theorie die gibt es ja bei vielen Filmen weil das untergräbt ja die ganze Handlung des Films sozusagen ja dann ist ja nichts real aber außerdem glaube ich auch nicht dran weil es wird ja relativ klar dargestellt dass die Freundin zum Beispiel Einbildung ist ja das wird ja nochmal klar gezeigt und die Tagträume vor allem in der Mary Show am Anfang die werden auch relativ klar als Illusion dargestellt beziehungsweise als Tagtraum Wunschtraum wieso sollte man also einen Traum in der Realität im Traum zeigen und so weiter und es werden ja auch reale historische Ereignisse in Anführungszeichen in Sachen DC und Batman gezeigt die so vorgekommen sind von daher denke ich nicht dass alles nur ein Traum war beziehungsweise gefällt mir auch einfach diese Interpretation nicht weil ich dann denke ja warum hast du den Film dann geguckt klar wäre es dann immer noch gut gemacht funktioniert auch in dem einen oder anderen Film durchaus aber ist eben nicht meine Lieblingstheorie dann kommen wir zum Punkt Meisterwerk ja oder nein und da sage ich schwer zu sagen Meisterwerk wird halt immer sehr schnell in den Mund genommen und ich persönlich kenne jetzt aber nicht so viele Filme wo ich sagen würde das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk und deshalb sage ich bisher erstmal nein beziehungsweise kurz davor das muss aber die Zeit zeigen man muss so einen Film auch öfter gucken wie ich finde und beim zweiten Mal habe ich schon wesentlich mehr Meisterwerk-Feeling am Start gehabt als beim ersten Mal deshalb mal gucken was in Zukunft passiert auch wenn ich den noch öfter gucke und auch was mit der englischen Originalversion ist deshalb würde ich bisher grob geschätzt ungefähr eine 8,5 oder 8,8 oder sowas vergeben wenn ich für zum Beispiel Goodfellas oder Matrix Teil 1 oder Terminator 2 oder American Beauty oder Forrest Gump oder Fight Club oder sowas wahrscheinlich irgendwas über 9,0 vergeben würde das kann sich aber wie gesagt in Zukunft durch wiederholtes Gucken durchaus nochmal nach oben hin anpassen und wenn dann eher nach oben hin behaupte ich und ansonsten kann man einfach sagen was ein mutiger Film was ein geiler Film auch und das muss man auch schon honorieren diesen Mut das auch einfach mal so zu riskieren und dann auch so durchzuziehen praktisch auf die ganzen Comic Fans einen absolut ernsthaften tiefgründigen dunklen nicht bombastischen Arthouse Film im Stil von Taxi Driver loszulassen was meines Erachtens ein ziemlich genialer Move ist gerade wo ja jetzt die Marvel Filme immer relativ ähnlich ablaufen also zumindest Infinity War und Endgame habe ich jetzt vor Augen die habe ich eigentlich nur geguckt wegen den Charakteren von Guardians of the Galaxy weil ich wissen wollte wie es da weitergeht und jetzt lassen sie aber diesen Joker hier vom Stapel einen richtigen Autorenfilm und was passiert die Leute lieben es die rennen dir die Bude ein wenn du ein Kino hast und das zeigt doch dass durchaus Bedarf da ist an wirklicher Story und wirklicher Originalität und auch das Talent gepaart mit Mut durchaus belohnt wird und es zeigt auch dass die Leute durchaus nicht dämlich sind und dass sie auch keinen Bock mehr haben dauernd für dumm verkauft zu werden klar kommt der Hype natürlich auch ein bisschen daher dass man jetzt eine Figur wie den Joker der ja praktisch mit Batman Superman und den ganzen Marvel Chaoten in einem Zug genannt werden muss also bisher war es zumindest so dass man den jetzt nimmt und in einem Charakterfilm platziert der eigentlich zum Arthouse Kino gehört also ernste anspruchsvolle Filme und das ist halt sehr sehr clever gemacht und die Kombination ist natürlich auch geil muss man schon sagen deshalb das finde ich einen durchaus genialen Schachzug dass sie das so gemacht haben aber was ich auch sagen muss dadurch wird der Film selbst ja in sich nicht besser und da ich wie gesagt jetzt nicht der Riesencomic oder Batman Fan per se bin bewerte ich den Film natürlich auch ein bisschen anders als wenn ich jetzt der Riesencomic Fan wäre das heißt ich gucke mir den Film an und bewerte dann auch nur den Film und nicht die Story drumherum ja und deshalb mein Fazit durchaus genialer Film Meisterwerk kurz davor kann noch kommen in den nächsten Wochen Monaten und Jahren wie gesagt muss ich noch zwei dreimal gucken aber was ich auf jeden Fall hiermit behaupte ist dass es der wichtigste Film unserer Zeit ist weil eben so geil darüber diskutiert werden kann weil er eben diese ganzen politischen Themen anspricht ohne dabei aber großartig parteiisch zu sein und der Film hält eben auch auf geniale Weise den Vogue Medien den Spiegel vors Gesicht was wir ja an der weltweiten Reaktion und History durchaus gut sehen konnten deshalb liebe Filmindustrie mehr davon bitte mehr solche Filme die auch auf diesen Political Correctness Wahnsinn pfeifen denn Filme haben wie ihr ja wisst durchaus einen großen Einfluss auf die Gesellschaft oder können einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben und wenn da dann aber permanent irrationaler und schwacher und gefühlsduseliger Kinderkram in die Köpfe der breiten Masse eingepflanzt wird dann kann ich das natürlich nicht gut heißen sondern Kunst und Film kann ja durchaus dazu beitragen die Menschheit ein bisschen nach vorne zu bringen ja das war es mal für heute ich hoffe euch hat meine Analyse gefallen gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare hauen und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Seminar im nächsten YouTube Video oder natürlich im Next Level Forum bis dann haut rein macht's gut ciao Outro 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 Outro